»Wir haben ihn gefunden«, hörte Axel eine Stimme sagen. Er beugte sich vor und spähte zum Pool. Die beiden Männer waren zurück. Zwischen ihnen stand Joe. Er krümmte sich wie ein Wurm und knetete seinen alten Hut zwischen den Händen. »Wo war er?«, wollte Dr. Lohser wissen. »Am Flugplatz. Hat sich ein billiges Ticket besorgt und wollte nach Amerika«, berichtete einer der beiden Männer. »So, so. Wie interessant. Holen Sie Leutnant Trascher. Ich muss mit ihm reden.«